hallö und guten tag hat er gesagt kurz vorm peng, ups, müssen wir noch ein bisschen was machen ich will auf ihn und muss eine fleischfalle noch machen die frage ist nur wo und wo machen sie hin klebeband und großes fleisch stellen wir glaube ich gleich klebeband her ich habe keinen bock jetzt auf überraschungen und großes fleisch gut und zwar habe ich mir überlegt ich weiß nicht ich habe so ein bisschen respekt hier vor dass die das hier nicht so erkennen den hier deswegen würde ich mal gerne hier so hoch bauen beziehungsweise hier noch was ran bauen so zack wo die einfach hinstellen und dann sollte das ja sollten die versuchen hier hoch zu kommen also das problem ist wenn ich die dahinten ich würde gerne zwei stellen das werden wir eh nicht mehr schaffen weil das ist kurz vorm peng und ich muss hier glaube ich noch reparieren mal hier die mühner reparieren ja der geht schon aber der ist ein bisschen platte irgendwie ich habe nämlich ja nie repariert der voll nase so und jetzt beginnt ja hier die schöne scheiße auch gar nichts nachgefüllt oder so irgendwelche idioten sind schon wieder da auch 24 kann nie wahr sein oder drei also repariert mal wieder ja nicht ich alte schlampe eine fresse so ich hoffe mir vom zweiten flügel weil ja viele sagen so ja warum zweiter flügel ist ja voll unsinnig und so was ich hoffe mir einfach dass wir durch den zweiten flügel dass die auch mal woanders rein rennen und den bisschen so entlasten probiert man die fleischfalle eben halt dass ich hier so ein bisschen in ruhe machen kann beziehungsweise das vielleicht ein bisschen ruhiger ist aber das sehen wir jetzt gleich so was machen wir als erstes ich war da erst mal hier die stecker wieder rein dass man hier so ein bisschen grund sortieren ich wollte mir nämlich mal ein bisschen benzin so mitnehmen und den hier und den hier ich weiß nicht ob ich noch was baue aber wo hauen die denn gegen so sagen wir haben jetzt gerade versuche nur eins zu latschen ja dass wir das so gebaut haben das ist erst mal nicht so richtig die dreht sich ja nicht mehr ich weiß gar nicht ob das so clever war vielleicht kennen die auf die kante gar nicht mehr so richtig die gute werden wir jetzt in der äh checken und dann auf die tue ist oh das ist ein bisschen ungünstig da ich jetzt hier vorne lang renne ich glaube ich werde eh nicht mehr durchgekommen also bisher sieht das ganz human aus ich würde natürlich gerne die türde auch ein bisschen zumachen so ein batterer geschrieben wenn das hier ich sehe erstmal die Eitel irgendwie ausgetrickst ob da die finden mich hier nicht die rennen aber auch durch auf ihre Brotter Hä, wer rennt denn da? Unsichtbarer, oder? Hä? Was ist denn das für ein Trick? Hey, ruh schon mal. Hat hier ein Unsichtbarer langsatz? Komische Story, oder? Aber ihr habt es gesehen, ne? Hat sich da gedreht, obwohl da nichts langgelatscht ist. Also, sollten wir hier vielleicht nochmal gucken. Neune gehen ja noch vielleicht, ne? Naja, Null geht gar nicht. Null ist... Mein Charakter! Ne, ne, Spaß beiseite. Mal hinstellen, was sagt mir, wie mein Akkustand? Oh, der sagt eigentlich, äh... Ich fahre mal ne Runde. Und können wir mal einen Kaffee. Einfach mal so. Den Stromverbrauch entgegen fahren. Obwohl, da fällt mir ein, das hier wird ja auch noch Strom fressen, ne? Den hätte ich ja mal ausmachen können. Ich habe auch heute gar kein Gefühl, ob der Dude läuft oder nicht, oder doch, oder... Keine Ahnung. Oh, sonst haben wir da abgerissen. Haben die hier ein Loch reingehauen? Echt, Herze? Warum haben die denn hier ein Loch reingehauen? Ja, natürlich dürfen die da drin, ne? Hört sich ziemlich spaßig an, was die da machen. So ein bisschen so, hm... Ja, halb erotisch irgendwie. Ob hätten die auf jeden Fall richtig Bock. So, eine Falle können wir noch herstellen. Hört nämlich Jan auch so. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Hier noch ein Schussgerät hinstellen. Ich weiß nicht. Kriegen wir jetzt so ein Gehen? Nö, natürlich nicht, weil... Da fehlt ein bisschen Darm. Äh, Quatsch. Leder. Aber hatte ich Leder nicht? Doch mal hier. Irgendwo hatte ich doch mal Leder eingekloppt, oder? Ich sehe es jetzt nicht gerade. Die Frage ist natürlich wo, ne? Äh, ich hatte doch irgendwo mal Leder hingekloppt. Ja, mach das mal da ordentlich. Ist das alles hier zu fett, oder was? Ich glaube da nicht jetzt schon wieder auf meinem Ding sein, oder? In dem Mai war mit hier. Irgendwo auch noch Benzin herstellen. Ja, ich bin hier zu Visitieren. Ja, ich bin hier zu Hause. Ja, ich bin hier zu Hause. wir haben gemeintes Rücken in die Arschieße so mein Akku ist komplett runter schon hergeschossen? ok haben sie komplett eingerissen ja aber ich habe da ja auch keine Abwehrsuche naja ich habe ja selber keinen Flammenwerfer die Abreißer sind natürlich genauso ich weiß ja auch nicht wo er schon wieder da unterwegs ist ich weiß ja auch nicht wo er schon wieder da unterwegs ist ja ich wollte schon sagen interessiert ihr euch gar nicht mehr für mich ok ja sein können dass diese ja nicht mehr für mich interessieren sooo ja aber jetzt knackst er hier schon wieder ach du bist auch schon im Arsch gehen aber oft kaputt kann das sein was kommt man für einen Freund ich muss ja irgendwie hier mal ein bisschen runter um mein Fleisch zu essen oder ein Snickers ach es ist ein Snickers das Snickers ja ist begehrt das Snickers bin ich hier eigentlich Wissen wir mal was zu tun ist oder was? Hier fehlt noch Funktionen. Haben die eigentlich geschlafen? Also heute ist es irgendwie komisch. Hä? Was haben die denn für eine komische Funktion heute? Erst die unsichtbaren Geister. Hauptsache die hauen hier da nicht hin. Gucken wir ja nicht ran. Hauptsache hier brennt er da unten. Also wenn die natürlich jetzt hier alles kaputt machen. Guck mal da hinten, da spielen auch welche rum. Ach wegen denen hier. Ach guck mal. Wie weit hinten die das gemacht haben. Ach jetzt weiß ich. Aber die müssen doch trotzdem hier zum Snickers wollen. Verstehe ich nicht. Muss ich nicht länger bauen? Ich dachte die ganze Zeit ich bin hier gefeilt gegen. Dann erkennen sie hier die Scheiße hier gar nicht als Hochgang an. Dann muss ich das anders machen. Weil die nur von der Seite können. Das ist gut, dass wir noch einen zweiten Flügel haben. Ey, sag mal. Mach das nicht kaputt. Das kostet eine Idee. Besonders du, du Arschloch da hinten. Ach? Wenn man kann... Das geht. Wenn ein Reform ist dann da. Wie Massend ist lächer Film. Da haben die schon wieder alle kaputt gekriegt, ne, ey, der ist unfassbar, ey. No, hab das bald oder ne? Also falls jetzt wieder jemand schreibt, so, ja, da sehe ich bei den Titanen jetzt, wenn da zwei kommen, schwarz. Ich mittlerweile auch, irgendwie. Aber jetzt muss ja irgendwann auch mal der Zeitpunkt kommen, ne, wo man sagt, so, okay, wieder so ein Konzept, greift den ordentlich oder dann gar nicht mehr, ne. Aha. Aha. Ist der eigentlich noch so ein Krieger? Okay. 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 War's das jetzt? Oder kommt hier noch mehr? Dann mit dir. Hm, die stürzt jetzt nicht so. Okay. Uh. Ja, irgendwie, ja, was heißt, hä, was repariere ich hier? Gar kein Sinn, ne? Irgendeine Haut hier noch, irgendwas fleißig. Also wir müssen das hier auf jeden Fall auch ein bisschen aus, äh, ein bisschen aus, äh, Metall mal bauen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil ich muss mich ja irgendwie drauf verlassen, dass das hier immer so bleibt, wie es ist. Ist natürlich ärgerlich, dass die jedes Mal hier die Scheiße kaputt machen. Natürlich, ne, weil ich bin ja nur am Auf- und Abbauen, aber, äh, ja, zurzeit so hoch am Mangel der Materialien ist das leider nur mal so. So, ich hab so ein bisschen natürlich Respekt jetzt, wenn der Fette kommt, ne? Da wird's natürlich dann, äh, ja, ein bisschen wieder kritisch. Also, und so funktioniert das ja ganz gut, ne, wenn die hier durchhalten, aber... Ich muss natürlich auch hier die ganzen Wände eigentlich mal abklammern und alles reparieren. Ja, und das werde ich mal machen. So, wir gehen auf jeden Fall wieder in der Stadt, weil wir müssen noch, äh, sammeln und sowas, ne? Und das auf jeden Fall. Und dann vielleicht hab ich noch einen Einfall oder ein, zwei, drei und sowas, ne? Ich bräuchte aber auch privat so ein bisschen mehr Zeit, weil ihr merkt ja, ne? Gestern kam nichts raus, weil einfach so, ja, es ist zurzeit wieder ein bisschen, äh, ja, viel los. Sag ich mal so, ne? Ja, wenn du spielen willst, dann kommt er her, Junge. Den Kappler nicht dahin. Ach so, du kannst aber auch in die Falle rein. Weißt du wieder an hier, wo ich bin, oder was? Ne, das wollte ich an hier, ne, ich wollte es mal aufsammeln hier. Steht der jetzt hier hinter der Ecke? Echt? 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 Ne, weil deine Funktion ist hier. Komisch, wa? Was machen die denn hier die ganze Zeit? Boah, sieben Prozent, ne? Ach, 24, ey. Leck o mio. Die reißen hier alle nieder, ne? Auf der anderen Seite wird noch nicht so viel sein, ne? Aber ich dachte auch, wie gesagt, mit der Treppe da, deswegen ist das ja auch der zweite Flügel, hätte ja eigentlich auch funktionieren, muss man ja ganz ehrlich sagen. Aber ich habe mich schon gewundert, warum die da alle so schacknieren da vorne und dann so, oh, kein Fressen mehr, nichts zu fressen. Ich habe so einen Hunger. Und da dann eben nichts ist, ne? Aber da diese, besser hinten die Treppe, damit ich auf die Klötze kann, ne? Das, 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 ja. Gut, hier aber Problem erkannt, ne? Das können wir umbauen. Das sollte nicht so das Problem sein. Tragisch nur dagegen, wie wir alles neu bauen müssen. Ah, den Vogeln immer mit. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Ich werde hier noch ein bisschen looten und sowas, ne? Das ein bisschen noch herstellen. Und, äh, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Also, bis dann. Ciao, ciao.